Bloß nicht da, wo ich bin. Also, wo ich hin will. Ey, Sonne kommt raus. Die liebe Frau Sonnelacht. Jetzt ist er wieder weg. Jetzt ist da wieder der Berg, der Hügel, wo ich eigentlich hingucken wollte. Das ist wieder arschdunkel. Du siehst wieder nichts, wenn da einer sitzt. Kannst du dich vielleicht wieder verabschieden? Oh, Skepp. Oder Spieler. Nee, oder Patschki. Ich hole just. Dann concentrated ich ihn. Ich gucke die Jäge. Alles bin ich baixo. Ich gucke jetzt aus dem Feuer vor mir. Es waren doch noch mehr Unhalte hier. Es waren doch mindestens drei Stück hier. Wo sind die jetzt alle wieder hin? Aber, Matze, nicht die Geduld verlieren. Ein bisschen mit Verstand. Hat Mama gesagt. Ja, jetzt mal ohne Witz. Wo sind die hin? Wow, Passalgator. So, einer war noch. Gut. Das waren die Kollegen. Wir haben das Ganze. Ich stehe auf das volle Dolle Samurai, grüß dich In der Nase, in der Nase, ja, hör auf Aber da geht's eigentlich, das geht da eigentlich Beschissener sind die Ohren, meine Herren Die Ohren Das muss man sich mal reinziehen, ja Wir haben Was war denn das, Alter? Wir haben, was weiß ich 45 Jahre oder so Ohne ein Haar im Ohr gelebt Und plötzlich Warum auch immer Denkt sich der Körper Das Ohr braucht Haar Und schon verwöhnt er deine Lauschlappen Mit Pelz Das werde ich nie verstehen Ich glaube, es gibt auch Keinen Menschen, der man das erklären kann Weil ich es einfach nicht verstehen will So, es gibt es oben Oben an der Wetterstation Können wir nochmal gucken Das ist immer hier Ich habe immer Angst, dass hier irgendwelche Leute Hier da oben rumschimmeln Deswegen Mein Freund der Baum Gieriger Lappen Samurai Du bist doch von der Gier zerfressen Alter Alter, ich bin gleich der Schrock Olli, grüß dich Los jetzt Bitte, lass hier ein paar Skefs sein Nein Was macht er denn, Alter Ich wollte eigentlich nur das Feuermodus drücken Ach, das ist Ich bin gleich Kiepka Wo war denn der andere jetzt? Der Kepka-Kumpel. Was gäbst denn schon mal da? Das ist schon mal gut. So, drei, vier, fünf, sechs. Und P-OK, die Post-Up. So. Kepka habe ich glaube ich auch schon da unten. Der Kepka ist direkt über mir. Wie kommt diese jämmerliche Mistgeburt? Ach, da ist es doch. Da ist schon was abgeworfen. Da hinten fliegt es. Ey, das kommt doch hier runter, oder? Oh. Das war brutal. Naja, nicht ganz hier. Oh. Ich hoffe, die kloppen sich alle da um den Lutrop und lassen mich hier in Ruhe nach meine Skepsis schiefen. Was erzählst du? Du bist ein Miner. Lass sie ihn. Ach, alter, leck mich doch. Ach, bin ich doof. Es reicht nicht, dass die Waffe einen Schalldämpfer hat. Es muss eine A3 oder eine M4 sein. Och, man. Och, alter. Oh, nee. Alter, nee. Oh, nee. Bin ich doof. So ein Scheiß. Was? Was habe ich getan? Mist. Oh, so schön die armen Skepsis alle getötet für nichts und wieder nichts. Man könnte eigentlich mal hingucken. Also, die irgendwie eine Makarov dabei haben. Ich brauche noch zwei Pistolen. Nein, hat er auch nicht. Ey, der hat dem anderen die Waffe weggenommen. Dieser Schmierlappen. RTFM, was ist das? Das kenne ich nicht, Olli. Erleuchte mich. Oh, 10 Umwurf. Der war ein elender Xenomorph. Ach so. Ah, ja, Mann. Ach. Hör mir auf, aller Scheiße. Ich habe mich so schön gefreut. Es lief. Es lief. Ach, Mann. Und jetzt? Was willst du dazu noch sagen? Ich sage es euch. Hopfen und Malz verloren. Komplett verloren gegangen bei mir. So. Ja, ich gebe zwei XP hier. Also. Ich sage es euch. Oh, laos. Oh, ja. Oh, ja. Achso, ein Tresor, äh, Quatsch, PC, Mann, Alter, es ist doch, es ist schon wieder zu spät, Jungs, das ist Hopfen und Malz verloren, könnte ich mich ärgern, Mann, das könnt ihr euch nicht vorstellen, die habe ich einem abgenommen, Olli. Er war so freundlich, sich von mir erschießen zu lassen und dann meinte er, hier kannst du dann auch noch meine Mutanten nehmen, wenn du möchtest. Dann habe ich gesagt, na gut, wenn du unbedingt möchtest, dann bin ich kein Schwein. Nö, ich frage mich nicht mehr, woher ist irgendeiner erschossen, der hatte die bei sich und seitdem. Spiele ich Beute gut. Ah, nee, warte mal. Ich gehe auch lieber, ich gehe eigentlich lieber übers Wasserwerk raus, äh, am Wasserwerk vorbei, als hier unten, muss ich mal sagen, irgendwie. Oh, das ist ja eigentlich auch gehoppt, wie gesprungen, sozusagen. Oh, das ist ja eigentlich auch gehoppt, wie gesprungen ist. Wechsel, wechsel, wechsel. Mann, sie schimmeln halt da oben auf diesem Dreckshügel. Ich habe nicht dran gedacht, ich vollidiot. Jetzt gehe ich einen rauchen. Ja, hast du dir angeguckt, ja. Erstmal gut, ja. Ach, gucke mal, so schön, es klefft sechs Stück, sechs Stück. Und mit der falschen Waffe. Ach, Alter, es ist manchmal... Da habe ich das Gefühl, es bewegt sich kaum jemand hier auf dieser Map, Alter. Sie sitzen alle nur irgendwo. Ow. Oh. Bis zum nächsten Mal.